Ich weiß nicht, so dieser... Einfach das Ballern, weißt du, so mit dem Recoil und wie das alles aussieht. Das ist richtig gut gemacht, ich weiß nicht. Sieht richtig realistisch aus. Ja. Ja, ich glaube, es ist ja Battle Feetop. Ja, glaube ich auch. Mal da machen. Tristan? Ne, Lumber, Lumber. Lumber, Lumber, Lumber. Ah, du bist lau, okay. Ja, ich komme. Ja, wir sind viel früher als die anderen. Ich glaube, die kennen den Trickern noch nicht. Schon mal eine schöne Mine. Oh, nein. Oh, jemand hat so eine Bounty aufgesammelt. Die sehen irgendwie, wo du bist oder so. Ich weiß nicht, wie das funktioniert. Genau oder nicht genau? Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Ich bin nicht hundertprozentig sicher. Ich bin nicht hundertprozentig sicher. Ich bin nicht hundertprozentig sicher. Deswegen, ich würde mir jetzt keine Gedanken mehr machen. Ja. Ja, einverstanden. Die hatten gar nichts. Wirklich zwei frische Spawns mit Pistolen. Wollte entspannen. Hey Leute, Leute, Leute sind da drin. Wo, wo? Makima? Daniel, wo? Ja. Oh, hab ihn. Ja, hab ihn. Der Kompass ist hoch, oder? Hast du... Plates? Ja, sorry, ja. Der ist einfach da durchgeschlichen. Ah, sorry, das war falsch. Ja, eine kann ich dir noch geben, ja. Ja, Threat ist immer noch high, hä? Ja, lauf einfach mal. Bin da, bin da. Ja, ich muss da gelaufen. Nice. Ja, ich bin auch down. Einer muss noch hier sein, oder? Ich hab aber keine Plates. Ja, ist gut. Ich hab noch eine. Ich find das auch echt cool mit dem Health Region, also mir gefällt das. Nice. Alter, wir haben richtig Cash. Wenn wir irgendwo so eine Station finden, dann könnte ich mal so einen Drop für uns kaufen. Ich hab auch noch mal eine Plate für dich. Ja, ich hab Plates, ist okay. Ja. Hier oben ist noch, äh, Ammo. Bin glaub ich voll. Ja. Ähm. Ja, also ich hab die Bounty jetzt überlebt, ne? Ja, ja. Wir haben alle Geld dafür bekommen. 3000 oder so. Ja, da ist noch mehr Cash. Ähm. Ja, lass mal. Ich weiß eh, wo sind die Kills? Ja, oben rechts. Ja, oben rechts. Wollen wir zur Station laufen, wo man Sachen kaufen kann? Ja, können wir machen. Und hier ist noch eine Kiste, die noch auch noch. Oh, willst du die? Äh, ne, nimm ruhig. Das glaub ich nur eine Dragoonov, die ist nicht so gut. Ähm. Ja, okay, ich hab eine RPG schon. Ja, sammeln mal das Trophy system auf. Hier, Lila, was ich markiert hab. Das ist wie ein Black Ops, was Granaten blockiert und so. Ist auch geil gemacht mit dem Inventory, hä? Ja, du brauchst dich eigentlich um fast nichts kümmern. Du siehst den ganzen Inventor. Ja, es ist wirklich droppen, ballern. Ich treffe einfach noch nichts. Aber sonst ist gut. Hier ist... Achso, das ist so eine Leaver-Action. Mk2, falls du die willst. Äh, warum nicht? Ach, ich muss mal reparieren. Ja. Ich hab drei Stück. Also ich kann dir was geben. Ja, äh. Es hat ja überall Loot und Platten und Luxus. Scheiß Battle.net. Hab mich grad rausgehauen. Battle.net macht's mir restarted wegen nem Update oder sowas. Hab grad grad auch mein Game hat sich geschlossen. Äh, ich hab vier Plates. Wieso? Ich hab zwei, also ist schon okay. Ja, heil dich mal wenigstens. Heil dich mal voll. Ah, stimmt, ja. Scheiße, ja. Okay, ähm. Lass mal hochgehen zum, zum Shop. Ja. Ich will ne Kiste kaufen, vielleicht nen Airstrike oder sowas. Äh, hier nimm nochmal ne Plate oder sowas. Ja, zwei. Ich hab dir nochmal zwei. Wie schade, dass er die teilweise nicht gerade von selbst aufnimmt. Okay. Ne. Das war hinter uns, das hat sich auch nicht danach angehört, aber okay. Also für mich war das hinter mir, ja. Ja, ich... Ja, bei mir warst du erst sehr rechtslastig. Aber, ja. Wenn man Gegner pinkt, das weißt du, gell? Ähm. Das ist das Out, ne? Ja, also zweimal. Ja. Also das stimmt nicht. Aber, ja. Ja. Der Shop ist hier. Ich geh nochmal die Kiste aufmachen. Der Zeilen, falls du dich an den Gegner anschleichen willst. Die Perks sind so ein bisschen wie in Black Ops. Also, äh, zum Beispiel jetzt, das ersetzt dein Trophy System. Ja, okay. Ja, ich behalte mal das Trophy System, ne? Ja. Naja, behalte mal das Trophy System. Der Zeilen ist bestimmt ganz am Anfang nice, aber später vielleicht noch nicht so. Ich hol den Drop, weil ich das meiste Geld hab. Okay, mir bringt das jetzt noch nichts, ne? Ah, hol dir wenigstens irgendeine Klasse mit ein paar Perks schonmal, weißt du? Irgendwas? Keine Ahnung. Deine Waffen kannst du dann wieder aufsammeln. Wenn du willst, kauf mal ein UAV hier im Laden. Kostet, glaub ich, 6000 oder so. Das ist ziemlich broken eigentlich. Da siehst du einfach alle und Gegner. Aber behalte noch ein bisschen. Wollen wir mal ein bisschen in die Mitte. Ich glaub auch rechts entlang laufen. Ja, okay, nur kurz ne Sekunde. Okay. Okay, lass das gehen. Okay, gut. Ähm, wo bist du? Ja. On my way. Ja, es ist noch... Die Automatismen sind noch nicht da. Ich hab grad ne Hitmarker von meiner Mine bekommen. Bei dem ersten Gebäude, wo wir gelandet sind oder so. Okay. Ah, da hast du zu Beginn eine Engel gemacht, ne? Ja. Ich hab volle Plays, ich kann die nicht aufsammeln. Ich hab 5, ist okay. Okay. Okay, der Typ hat wahrscheinlich auch 5. Brauch ich gar nicht mehr ping'n. Kann man das Trophy System wieder mitnehmen? Nee, ich glaub leider nicht. Hast du es geschmissen, oder? Nein, nein, ich hab's noch. Nee, aber... Du kannst es nicht aufsammeln. Ich hör hier was. Ist jemand gelandet? Nee. Wir haben Leute da. Boah! Ich brauch Hilfe. Einer down. Boah, den hab ich outplayed. Ich hab da einfach ne Stungranate geworfen. Wir haben noch Leute... Ich muss kurz rein. Westlich, ne? Westlich? Ah, okay. Wenn du die siehst und die sind auf dem Hügel oder so, kann ich mal einen Airstrack rufen. Ja, die waren irgendwo da. Vermutlich bei den Häusern. Irgendwo. Oh. Hier ist ein C4 an der Tür. Claymore hier drin. Ich würd da nicht rein gehen. Ich hätt die Clamer eigentlich durch die Tür hacken können. War der direkt tot, der andere? Hier war keiner. Ich hab nur ne Clamer kaputt gemacht. Nein, ich meine aber zu Beginn... Nee, 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 nee. Der war nur gedowned. Gib mir mal eine Plate. Gib mir mal eine. Linke Maus, was du drücken. Einmal. Schüsse aus dem Süden gerade geflogen oder so? Über den Hügel. Aber nicht auf uns, glaub ich nicht. Habst du? Ja. Ich kann ja mal hier ein bisschen chillen. Ich hab da ein Thermal Scope, das ist noch nice. Nice. Boah, hast du das hier auf einer Legendary gefunden oder was? Ja, also das war bei mir im Drop, als ich die Classe ausgewählt hab. Oh, okay. Alter, das ist noch viel zu viel Information auf dem Screen für mich. Also und ich bin auch müde. Den ganzen Tag gearbeitet, aber trotzdem. Boah. Okay, seid weiter, ne? Nö, ich bleib erst noch mal hier auf dem Hügel. Gucken, ob ich irgendwas sehe. Das war relativ nah, oder? Ja, aber ich seh nix. Irgendwo so 160 ungefähr muss das gekommen sein, aber... Geh nix. Ich bin mir nicht sicher. Es kann aber auch sein, dass du mit deinem Thermal Scope so einen Scope Glint hast. Also wenn du reinzoomst, dass die Leute das sehen. Ich bin mir aber nicht 100% sicher. Bei manchen Scopes ist das so. Guck nochmal nach unten, wo wir herkamen. Ist, äh... Wie schießt du? Burst? Oder kannst du Fallout gut kontrollieren? Kommt natürlich auf die Waffe an. Also ich hab auf meinem M4, meiner Custom Klasse, viele Attachments, die einfach Recoil Control haben. Oder die Plus Recoil Control geben und ich kann einfach Dauer... Das ist wie ein Laser, das ist mein M4. Muss einfach gucken. Das ist alles beim Stadion, oder? Ja... Ich glaub ich sollte mal Anti-Lacing voll aufdrehen oder so. Das ist irgendwie ganz schlimm in dem Spiel. Alles flackert und so. Ich hab aber irgendwie nur 100 FPS, also wenn ich hier runter guck, nordöstlich. Vielleicht liegt's am Gas oder so, dass die FPS so niedrig sind. Achso, es gibt auch so eine Legendary Item, so eine Gasmaske. Damit kannst du auch raus in die Zone rennen für 15 Sekunden oder so, bis die Gasmaske kaputt geht. Hast du noch einen von denen? Ich hab noch einen, ja. 15 Squats, 31 Leute noch. Wie lange überlebst du in der Zone? Exakt? Keine Ahnung, ich war noch nie außerhalb. Du hast ja auch links einen HP-Ball, ich denke mal der geht einfach so langsam runter. Ja, wir sind immer noch drin, nice. Ja, ich würd sagen wir bleiben hier auch noch. Es gibt hier echt brutal wenig Deckung in dem Spiel. Wenn wir jetzt zum Beispiel Richtung Stadion laufen würden, keine Chance. Weil die teammate rennt. Wollen wir hinterher? Eigentlich nicht, aber okay. Wir gucken da mal südöstlich, falls von dort Gegner kommen. Oder ich zumindest. Ja, ich komm mit. Ich glaube wir haben gerade einen ziemlich guten Vantage vorhin aufgegeben. Ich sehe sie, 155. Ja, ich sehe sie auch. Da, down. Einer down. Oh, das war ein Fehler. Soll ich einen Airstrike machen? Gucken ob der was macht. Ja, einer down. Wipe? Oh nein, der war ein downer, gell? Der war schon gedowned. Ja, auf hier! In Nord-östlich. Ja, ich sehe es. Moment. Ja, ich habe gedacht, dass er da durchgeht. Hab ihm seine Rüstung kaputt gemacht? Ich muss mich aber heilen. Hab ihn, hab ihn. Nice. Wipe? Ja, ich glaube schon, ja. Wipe. Warum ein paar Plates? Ich habe keine mehr. Ich heile mich auch gerade. Ja, ich habe vier Stück gefunden. Das ist natürlich nice. Soll ich mal die Dinger anmachen? Hier. Ach so. Ähm. Ähm. Die Drohne. Vielleicht noch nicht. Die Odin ist brutal. Die hat so viel Recoil, aber haut es so brutal rein. Wenn du die mal ausprobierst. Natürlich ist die Odin. Ja, da. Ja. Ja, hier eine Plate kannst du haben. Danke. Könnt ihr vielleicht nochmal einen neuen Airstrike kaufen. Ich habe genug Geld. Und ich kaufe dir so ein Pack Armor Plates. Koste nur 1500. Ja, ich habe noch zwei. Koste nur 1500. Koste nur 1500. Ja. 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 Der wurde dort vom Westen geholt. Ich habe die Schüsse gesehen. Ja. Ich sehe ihn. Siehst du den durch die Wand? Der läuft da. Ja. Ja, ich sehe ihn. Der ist auf der anderen Seite von der Wand. Fuck. Wir können den Team nochmal reinkaufen. Ich kaufe ihn. Ich habe ihn gesehen. Na egal. Hä, wo ist das Ding? Da. Ich wollte sagen, wir cockblocken die einfach. Komm gleich. Ich mache einen Airstrike da hin. Ich habe ihn gut getroffen. Marker. Mir ist dann. Ich habe ihn gut getroffen. Wir haben mal gestunnt. Die müssen zu uns kommen. Einfach nicht gierig sein. Ich gucke einfach. Einer down. Noch einer. Noch einer down. Einer muss noch da sein vielleicht. Down. Wipe. Wipe. Nice. Gucken ob da noch Plates sind. Ich schaue ob ich da noch etwas kaufen kann. Ja, die Zone haut schon rein. Ich mache da mal Recon. Ich kaufe nochmal ein UAV. Okay. Ja. Ich habe noch einen Cluster Strike. Ja, unser Freund ist down. Es ist nur noch der eine, ne? Ja. Ja. Der ist oben. Der ist oben. Bei unserem teammate. Wo der gerade gestorben ist. Ich habe ihn getroffen. Der ist hier. Ja. Ich sehe ihn. Ich sehe ihn. Wuhu. Easy. Ja. Das macht bock ey. Ich habe einen Kill. Das war der letzte. Ich habe elf oder so. Oh ja. Guck mal. Alle. Gingel. Ja. Was für Passants. Sag ich da nur. Oh. Das ist bock gemacht. Ja. 50% Winrate. Haben wir echt nur eins bisher gespielt? Ja. Nice. Jetzt musst du locker Level 4 sein. Leave game. Okay. Ja. Sind wir noch zusammen? Nee. Du hast glaube ich zuerst gedrückt. Ah. Okay. Ja. Ich joinne wieder. Ich guck nochmal wo der Jan bleibt und guck du ob du Level 4 bist. Ja. Ich bin Level 4. Nice. Es läuft sich. Ja. Bis jetzt. Wie. Wie. Was ist das?